Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Definition des Binomialkoeffizienten n über k kennen und wissen, dass die Anzahl der Möglichkeiten aus n unterscheidbaren Objekten eine Menge von k Objekten auszuwählen genau dem Binomialkoeffizienten n über k entspricht. Dein Ziel für dieses Video ist, die Symmetrie des Binomialkoeffizienten zu erkennen und zu begründen. Schauen wir uns gleich einmal an, was damit gemeint ist und zwar Warum gibt es gleich viele Möglichkeiten, aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen, wie aus 8 Personen eine Gruppe von 5 Personen auszuwählen? Mach dir darüber kurz Gedanken, warum ist das so? Vielleicht rechnest du es dir kurz durch, überlegst dir kurz, wie wir bis jetzt gearbeitet haben, pausier dazwischen kurz das Video und dann sprechen wir noch darüber. Stell dir folgendes vor. Ihr seid eine Gruppe von 8 Personen und ihr möchtet gerne ins Kino gehen. Der Film ist aber sehr beliebt und es sind nur noch 3 Tickets verfügbar. Jetzt wollt ihr den Film aber so unbedingt sehen, dass ihr sagt, ja ok, wir wählen jetzt eine Gruppe von 3 Personen, die den Film anschauen darf und die anderen 5 müssen halt bis morgen warten. Jetzt habt ihr 8 über 3 Möglichkeiten, die 3 Personen auszuwählen, die den Film sehen dürfen. Ihr könntet aber auch anders vorgehen, vielleicht ein bisschen gemeiner vorgehen und sagen, na gut, stattdessen wählen wir aus den 8 Personen die 5 Personen, die den Film nicht sehen dürfen. Das sind aber jeweils genau gleich viele Möglichkeiten, weil ob ich jetzt die 3 Personen auswähle, die den Film sehen dürfen oder die 5, die ihn nicht sehen dürfen, läuft auf die gleiche Anzahl an Möglichkeiten hinaus. Das bedeutet, in Zeichen, es gilt was? Nimm dir noch einmal kurz Zeit und fülle die Lücken, pausiere noch einmal kurz das Video und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Es gilt also, 8 über 3 ist das gleiche wie 8 über 5, so wie wir vorhin schon besprochen haben. Es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt aus den 8 Leuten die 3 Leute auswähle, die ins Kino gehen dürfen oder ob ich jetzt eine Gruppe von N Personen habe und nur noch K-Tickets, dann kann ich entweder aus den N Personen die K-Leute auswählen, die ins Kino gehen dürfen oder ich wähle die aus, die draußen bleiben müssen und das wäre ja genau die Differenz, also N-K. Also, wir können festhalten, es gilt N über K ist das gleiche wie N über N-K für alle natürlichen Zahlen 0 kleiner gleich K kleiner gleich N.